Der Schwedenplatz befindet sich im Erste Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt, am rechten Ufer des Donaukanals und ist einer der wichtigsten Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs in Wien. Er stellt eine Erweiterung des hier verlaufenden Franz Josefs Keister. Schwedenbrücke und Schwedenplatz erhielten ihre heutigen Namen im November 1919 durch Beschluss des Stadtrates unter dem Vorsitz von Bürgermeister Jakob Reumann zum Dank für die Hilfe Schwedens nach dem Ersten Weltkrieg. Die insbesondere den Kindern Wiens zugute kam. Geschichte Rotenturmtor Brücke Vom Mittelalter bis 1858 stand beim heutigen Schwedenplatz das Rotenturmtor der Stadtmauer Wiens, das direkten Zugang von Wien zum an die Stadt heranreichenden Donauarm ermöglichte. An der schmalzten Stelle des Donauarms nahe der heutigen Schwedenbrücke wurde die Schlagbrücke über den Donauarm errichtet. Lang die einzige Donaubrücke, am anderen Ufer entwickelte sich auf der Donauinsel unterer Wert die später Leopoldstadt genannte Vorstadt seit 1850 der 2. Wiener Gemeindebezirk. Die Schlagbrücke wurde ab 1819 durch den nach dem damaligen Kronprinzen Ferdinand benannten Neubau ersetzt. Platz am Kai Nach dem Abriss des Rotenturmtas wurde bis 1860 entlang des Donaukanals der Franz Josef Sky angelegt. Er erhielt bei der Brücke eine platzartige Erweiterung, die 1897 nach dem Vorgänger des regierenden Monarchen Kaiser Ferdinandsplatz benannt wurde. Der damalige Umfang des Platzes ist bis heute an den wenigen Hausnummern des Platzes zu ersehen. Nummer 1 war die Seitenfront des 1945 zerstörten Häuserblocks zwischen Adlergasse und Kai und ist heute nicht vorhanden. Nummer 2 ist das Eckhaus zum Laurenzerberg. Auf Nummer 3 und 4 steht der nach 1945 errichtete Dr. Alma Motzko Seizhof, in dem sich unter anderem das Hotel Capricano befindet. Nummer 5 ist die Seitenfront des Hauses Dominikaner Bastai 21. Am Donaukanal fand 1945 im Zuge der Schlacht um Wien ein Artillerie-Duellstadt, dem speziell um den Schwedenplatz viele Gebäude zum Opfer fielen. Der der heutigen Häuserfront zwischen Laurenzerberg und Rotenturmstraße, damals Adlergasse, vorgelagerte Häuserblock wurde so stark zerstört, dass der Wiederaufbau unterblieb. Die Fläche wurde gestalterisch in den heutigen Schwedenplatz einbezogen, unter anderem durch zwei Abgänge zur U-Bahn-Station Schwedenplatz. Die altstadtseitigen Häuser der 1954 aus dem Straßenverzeichnis gestrichenen Adlergasse erhielten aber nicht die Adresse Schwedenplatz, sondern die Hausnummern 13 bis 23 des Franz-Josefs-Kais. Verkehrsgeschichte der Kai wurde seit 1869 von der Pferdetramwee und wird seit 1898 von der elektrischen Straßenbahn befahren. Details zum historischen Straßenbahnverkehr auf Kai und Ring sind hier angeführt. 1901 wurde beim Ferdinandsplatz eine Station der neuen, dampfbetriebenen Donau-Kanallinie der Stadtbahn eröffnet, die 1925 von der Gemeinde Wien als Wiener elektrische Stadtbahn in Betrieb genommen wurde. Das pavilloartige, von Otto Wagner entworfene Aufnahmegebäude befand sich oberirdisch neben der Brücke. Die Bahnsteige befinden sich eingehaust, auf dem Niveau des Vorkaisch zum Donau-Kanal. 1978 wurde die Platzoberfläche vollständig neu gestaltet. Seit damals verkehrt hier anstelle der Stadtbahn die U-Bahn-Linie U4, die zwei Abgänge vom Platz erhielt. Einen weiteren vom Kai östlich der Schwedenbrücke. Sie wird seit 1979 von der den Donau-Kanal unterquerenden Linie U1 gekreuzt. Aufgrund der starken Frequenz auf dem Platz wurden in den letzten Jahren Probleme mit Kleinkriminalität evident, die nicht zuletzt mit Drogenhandel und Beschaffungskriminalität verbunden waren. Daher wurden 2005 auf dem Schwedenplatz als ersten Ort in Wien mobil einsetzbare Videokameras der Wiener Polizei installiert. Ein Beispiel, das Schule machte. Die Videoüberwachung geriet im Dezember 2005 in negative Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass einige Polizisten mit den Kameras nicht nur den Schwedenplatz, sondern auch die Fenster angrenzender Wohnungen im Blick hatten. Verkehrsknotenpunkt Der Schwedenplatz ist heute wichtiger Verkehrsknotenpunkt am Rand der Altstadt. Neben den beiden U-Bahnlinien tragen die Straßenbahnlinien 1 und 2, die City-Buslinie 2er, eine Buslinie zum Flughafen Wien, eine Ein- und Aussteigstil für Touristenautobusse, die 4- bis 5-spurige, als Einbahnrichtung Osten geführte Fahrbahn des Franz Josefs Kais und die 2010 eröffnete Schiffstation Wien-City dazu bei. Von ihr aus verkehrt U-A, der sogenannte Twin-City-Liner, ein Schnellkatamaran, dreimal nach Bratislava in den Schwedenplatz bzw. den Kai mündet die Rotenturmstraße auswart aus der Altstadt vom Stadtmittelpunkt dem Stephansplatz her. Am breiten Geh- und Radweg auf Straßenniveau entlang des rechten Donaukanalufers fließt Radverkehr zwischen den weiterführenden Radverkehrsübergängen. Diskussion um Umgestaltung ab 2011 Der zusammenhängende Platz begleitet auf etwa 300 Meter Länge rechtseitig den Donaukanal, der vom Nordwesten kommt und in einer leichten Linkskurve, zuletzt nach Ost-Südost fließt. Am rechten Pier läuft ein Gehweg. Etwa 10 Meter höher liegt das Platzniveau mit anschließendem Gehsteig und vielspuriger Fahrbahn des Franz Josefs Kais. Von dieser Fahrbahn treten die hohen Gebäude anfangs 70 Meter zurück. Hier im Nordwesten im ersten Längensechstel heißt der Platz Morzinplatz, danach Franz Josefs Kais und im Osten Schwedenplatz, wo er sich kontinuierlich auf 50 Meter verjüngt. Oktober-November 2011 wurde im Wien-Museum eine Ausstellung über Geschichte und Entwicklungen des Gebiets Schwedenplatz Morzinplatz gezeigt. Bis Herbst 2013 wurde das Leitbild Zukunft Schwedenplatz erarbeitet. An der Oberfläche wird mehr Erlebnisqualität für Fußgänger angestrebt. Herbst 2015 wurde ein Wettbewerb für Umgestaltungen gestartet. Verkehrliche Rahmenbedingungen waren vier gerade Ausspuren am Franz Josef Kais, Verschwenkung der Straßenbahngleise im Bereich Morzinplatz, Ausbau der Fuß- und Radwege. Punkt. 60 internationale Projekte wurden vom 8. bis 14. Februar 2016 vor Ort in einer Dialogbox und im Internet den Bürgern vorgestellt und Rückmeldungen eingeholt. 2.300 Menschen haben persönlich Ideen deponiert, 700 via Internet. Sehenswürdigkeiten Am Schwedenplatz befindet sich der beliebte und stark frequentierte Eissalon am Schwedenplatz. Unweit davon liegt die von 1970 bis 2006 von Herbert Lederer als Einmannbetrieb geführte Kleinbühneteater am Schwedenplatz, die 2014 von Alexander Wächter unter dem Namen Theater Franz Josef Sky 21 wieder in Betrieb genommen wurde. Der Schwedenplatz ist auch ein Eckpunkt des Wiener Bermuda-Dreiecks, einer in den frühen 1980er Jahren etablierten Zone mit zahlreichen Lokalen. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem die Ruprechtskirche, einer der ältesten Sakralbauten der Stadt und die Urania, die eine Volkshochschule sowie ein Kino und die Urania-Puppenbühne beherbergt. Das Urania-Kino ist alljährlich einer der Veranstaltungssorte des Filmfestivals Viennale. Direkt gegenüber dem Schwedenplatz bereits im 2. Bezirk und über die Schwedenbrücke erreichbar, stehen auf den Eckgrundstücken an der Taborstraße links der vom Architekten Hans Hollein geplante und 2001 fertiggestellte Media Tower und rechts, der im Dezember 2010 eröffnete Hotelturm von Jean Nouvel, der als Sophie Telvierne Steffensdurm betrieben wird und auch ein Designkaufhaus der Kette Stilwerk umfasst.